Die Zielgruppe sitzt über allen Grundschulen, die Versager, die Streber, die Opfer und die Schwulen Es ist wie Gehirn, welche Kinder werden beeinflusst, ich frag mich, warum die ganze Scheiße sein muss Ich wache nachts auf Schweiß überströmt, wenn ich dich höre, wirst du gleich übertönen Schrei, wenn du es nicht mehr ausstellst, in dieser krankhaften Welt von P.K. und Nikes Mach YouTube am besten nie wieder aus, jeder der ihn hasst, hat ihre Lieder verbrannt P.K. hör euch diese Kinder schreien, ich halte mir die Ohren zu, ich will weg Ich will nicht wissen, wo er ist, wo P.K. steckt Jeder der laufen kann, tut es so schnell wie möglich, denn jeder weiß, P.K. ist tödlich Wie kann man sich schützen, fragt sich jeder, in diesem Land Doch leider ist zur Zeit kein Gegengift bekannt, kleiner Baby Keiner mag Babyrap, wenn ein Babyrap auf eine Kinderband hat man eben wenig Bock Ey, ich hab noch ne Frage, allgemein, wer hasst P.K. hier noch Und ich sag ihm flippenlau, du bist homosexuell Da macht, das was der da macht, kann man nicht steig nennen Ich würd peinlich nennen und es war scheinlich verbrennend Ich hasse P.K. wer hier noch, jeder sagt P.K. wer ein Aschloch Jeder sagt P.K. hat es einfach nicht drauf Jeder fragt sich, wann gibst du endlich auf Yo P.K. ich bin's nice, ich freu's dich um das nennen Ich hab dich grad mit 26 Zeilen gefickt Ich fall in dein Arsch, antworte mir Spaß Spaß Ich bleib an Aus Untertitelung des ZDF, 2020